Moin Moin und herzlich willkommen bei Finanzkrokum. Heute geht es um meinen Aktiensparplan und zwar um das Projekt jeden Monat Dividende. Das ist bereits Update Nummer 30, bedeutet also für August 2020. Ja, das heißt 30 Monate, 30 zufolge, schon eine wirklich längere Zeit, was ich jetzt meinen Aktiensparplan bei der Konsensbank führe. Okay, ja, also schauen wir uns erstmal die Zahlen an. Wie immer, jeden Monat 400 Euro insgesamt. 15 Unternehmen haben bereits einen Kaufwert von etwa 917 Euro. Ein Unternehmen, was ja seit kurzem, seit einigen Monaten mit dabei ist, ist ja Realty Income mit jetzt insgesamt einem Kaufwert von 340 Euro. Dann haben wir noch zwei Unternehmen, die werden nur bespart, wenn ich die Dividende von mindestens 25 Euro zusammen habe. So, und jetzt schauen wir uns die Dividenden an und anschließend gucken wir uns auch noch bei der Konsensbank direkt in meinem Depot. Logge ich mich ein, schauen wir uns die Performance der einzelnen Aktien bzw. Unternehmen an. So, hier ist das Screenshot von der Konsensbank, was ich an Dividenden erhalten habe in August. Also vom 06.08. bis zum 025.08. Also quasi den ganzen Monat kam immer wieder was rein. Und hier haben wir die Tabelle. So, und die schauen wir uns erstmal genauer an. Procter & Gamble hat mir dieses Quartal, also im August, 4,97 Euro ausgeschüttet. Im letzten Quartal waren es noch 5,05 Euro. Hier bedeutet das nicht, dass Procter & Gamble weniger ausgeschüttet wird, sondern einfach in dem Fall, dass ich bei der Konsensbank meinen Freibetrag schon ausgeschüttet habe. Und zudem auch die Quellensteuer wird mir jetzt hier nochmal richtig angerechnet. Ich hatte vorher noch ein bisschen halt einen kleinen Topf gehabt für die Steuern. Deswegen war da ein bisschen weniger. So, also Procter & Gamble 4,97 Euro. Texas Instruments 4,95 Euro. Starbucks 3,81 Euro. AT&T 9,57 Euro. Apple 2,48 Euro. Realty Income. Der Monatszahler hat mir 70 Cent ausgeschüttet. Insgesamt sind es immer noch mehr als im letzten Quartal. Um fast 1 Euro knapp über 50 Cent. 26,48 Euro. So, das war jetzt zu Dividende. Also immer noch mehr als im letzten Quartal. Ein bisschen weniger als im letzten Monat. Das können wir uns hier genauer anschauen. Und zwar hier vorne. So, hier sind die ganzen Monate. Ab dem ersten Monat bis hin jetzt. Bis zum 30. Monat hier. August 2020. In den letzten Monaten im Juli habe ich 28 Euro bekommen. Jetzt 26,48. Also etwas weniger als im Juli. Und hier ist auch der Depotstand derzeit. Sehen wir auch. So, dennoch bin ich recht zufrieden mit den Einnahmen der Dividende. Wie gesagt, das hat alles steuerliche Hintergründe, warum ich hier etwas weniger erhalten habe an Dividenden als noch im Mai, glaube ich. War ja das letzte Quartal mit dem gleichen Unternehmen. Genau, das war hier im Mai. Sonst hätte ich wahrscheinlich hier 27 oder 28 Euro erhalten. So, nichtsdestotrotz ist trotzdem ein richtig schöner Wert. 26,50 Euro knapp. Ich denke mal, Ende des Jahres werde ich auch die 30 Euro knacken. Und dann gibt es wieder eine kleine Feier. So, aber jetzt schauen wir uns auch noch an, wie performen, wir haben die ganzen Aktien performt. Und dazu logge ich mich einmal gleich bei der Konsorsbank ein. Ja, leider komme ich nicht in mein Depot rein. Das habe ich jetzt einige Male versucht. Mehrere Minuten komme ich nicht rein. Also bekomme ich mal eine Fehlermeldung, interner Fehler aufgetreten ist. Deswegen kann ich jetzt nicht in mein Depot rein. Aber wir schauen uns dennoch mal das Depot als Screenshot an, was ich vorhin gemacht habe. Da habe ich auch hier einiges gemacht. Das können wir uns mal genauer anschauen. So, wir sehen, das Depot beim Aktienspartplan bei der Konsorsbank ist bei mir jetzt etwa 14, 15 Prozent im Plus im August gewesen. Hier sehen wir auch den Gesamtdepot. Und was wir jetzt im Plus sind, also Buchgewinne. Und wir schauen uns jetzt einfach die einzelnen Aktien mal etwas genauer an. So, Apple immer noch die Nummer 1. Hat jetzt mittlerweile 112 Prozent. Also hat sich verdoppelt. Man sieht hier ein Gewinn von etwa 1.030 Euro und eingezahlt wurden ja nur 917. Also über 100 Prozent Performance ist es fast 2.000 Euro wert. Nach dem Split sind das jetzt auch nicht mehr einstellig, sondern es ist mittlerweile fast 20 Stück. Hat ja 1 zu 4 im Split gehabt. Und in meinem Langfristdepot ist ja auch Apple meine größte Position. Da hat es ja auch über 6 Prozent Gewichtung. Ähnlich wie hier auch hier eine größere Gewichtung durch nicht mehr Investitionen. Alle haben die gleichen Investitionen erhalten, wie man sieht hier 916, 917, 916. Ähnlich, sondern die sind einfach sehr, sehr gut gelaufen, Apple. So, dann haben wir die zweite Aktie, die sehr, sehr gut gelaufen ist. Das ist Microsoft, auch schon die letzten Monate ja genauso. Das können wir uns gleich anschauen, dass sich da kaum was geändert hat. Hier sind das 67 Prozent. Auch das ist schon eine ordentliche Zahl, sage ich mal, innerhalb eines Aktiensparplans. Ist das schon sehr, sehr gut. Dann haben wir Procter & Gamble, ein defensiver Konsumwert, was ich denke. Also jetzt kann man dazu sagen, so ein Procter & Gamble ist eigentlich nicht verkehrt, im Depot zu haben. Das stabilisiert normalerweise sich Unternehmen auch in der Krise. So, Procter & Gamble ist hier 35 Prozent und Plus auch. Und dann Walmart, die sind auch sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Wochen, Monaten. Ein Plus von 34 Prozent. So, dann haben wir die nächsten noch. Platz 5 ist Texas Instruments. Ja, wir haben hier, ich habe jetzt keinen Taschenrechner hier gerade liegen. Ich wollte gerade einen hochheben von Texas Instruments. Die haben auch Chips und halt sehr bekannt in beiden Schüler wahrscheinlich so Texas Instruments Taschenrechner. Hier 21 Prozent im Plus. Dann Starbucks. Ja, ich war zwar selber noch nie in einem Starbucks drin, Kaffee, da ich ja kein Kaffeetrinker bin. Aber ich bin hier sehr, sehr gerne investiert über meinen Aktiensparplan. Hier auch schon mittlerweile 15 Aktien von Starbucks. Monatlich 25 Euro bei 30 Mal, also 30 Monate schon, kommt da schon einiges zusammen. Und da sind jetzt über 15 Aktien enthalten. 20 Prozent Plus bedeutet in diesem Fall 180 Buchgewinn derzeit. Dann haben wir McDonald's. Ja, McDonald's kennt jeder. Da ist auch eigentlich so gut wie jeder mal gewesen. Hier 5,7 Stück von McDonald's. Ein Plus von 12 Prozent. Dann PepsiCo. Auch dieser Wert neben Procter & Gamble, einer meiner, ich sag mal, liebsten konservativen Werten, ist PepsiCo auch mit dabei. Hier 10 Prozent Plus. Dann Johnson & Johnson. Auch dieser Wert gehört zu meinen konservativen Werten. 6 Prozent Plus. Dann Coca-Cola mit knapp 1 Prozent. Und dann Unilever. Auch Unilever gehört wie Procter & Gamble und Johnson & Johnson & PepsiCo zu den vier. Wo ich sagen kann, diese vier Unternehmen, das sind wirklich sehr, sehr konservativ, auch für jede Krise. Sehr, sehr gut geeignet. Auf Jahre gesehen. Und derzeit bei Unilever Plus, Minus, Null. Dann haben wir die Minuswerte, also quasi. Da schauen wir hier. IBM 11 Prozent Minus. Dann Eti&T. Einer der ganz, ganz großen Dividendenzahler. Und hier überlege ich für mein Langfristdepot immer noch, ob ich hier vielleicht mir noch die eine oder andere Aktie noch ins Depot lege. Weil wir haben hier doch recht hohe Dividendenrenditen bei Eti&T. Und eigentlich einen sehr soliden und zuverlässigen Dividendenzahler aus den USA, Eti&T. So, hier derzeit Minus 14 Prozent. Bedeutet, ich habe mal geschaut, mein Durchschnittseinkaufskurs liegt bei 29 Euro. Derzeit liegt der Kurs bei 25 Euro. Und das ist doch schon sehr, sehr interessant. Obwohl ich ja mal in den letzten Wochen und Monaten gesagt habe, bei 22, 23 Euro würde ich da auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Da habe ich auch mehrfach Optionen drauflaufen. So, aber weiter geht's. Jetzt haben wir hier Cisco Systems. Auch hier sind wir bei 15 Prozent Minus bei 22 Stück. Also man sieht hier, 40 Euro eingekauft in den letzten 30 Monaten. Derzeit der Kurs bewegt sich bei 35 Euro. Dann Altria Group. Auch hier Minus 15 Prozent. Dann haben wir den neuesten Wert quasi. Auch schon einige Monate. Aber das ist halt der Nachkömmling quasi. Vorher nur 15 Unternehmen bespart. Mittlerweile ja 16 monatlich. Das ist Realty Income mit minus 6 Prozent. Dann haben wir noch die zwei letzten. Das sind ja Unternehmen, die ich ja nur bespare, wenn ich die Dividende von 25 Euro mindestens zusammen habe. Also ich habe jetzt schon etwas mehr als 25 Euro und könnte so langsam wahrscheinlich sogar beide, obwohl ich überlege, vielleicht sogar in Realty Income nochmal die Dividende nicht erhalten habe, zu investieren. So, die beiden sind auch mit von der Partie im Minusbereich. Also minus 55 Prozent und einmal minus 21 Prozent. Das ist also eine kanadische Bank. So, soviel dazu. So, jetzt haben wir ja also die Dividende gesehen. Von sechs Unternehmen waren ja über 26 Euro an Dividende. Auch die Buchgewinne sehen vielversprechend aus. Besonders natürlich von Apple, Microsoft, Procter & Gamble. Also ganz, ganz besonders natürlich Apple durch den Split auch jetzt ordentlich gestiegen. Über 100 Prozent. Das ist der erste Wert im Aktiensparplan-Depot gemerkt. Also, dass es erreicht wurde, die 100 Prozent mit einem Aktiensparplan. Das finde ich schon immer sehr, sehr, sehr stark. So, ja, wir schauen mal, was ich noch zeigen kann. Ja, also hier habe ich ja nochmal gesagt, die größten Positionen, August, Apple, Microsoft, Procter & Gamble und Walmart. Man sieht hier, die letzten Monate ist Apple von Mai bis August jetzt Platz 1 gewesen. Hier 62 Prozent und Plus gewesen. Im Mai, in April, war Microsoft mit 101 Prozent Plus die führende Aktie bei mir. Und das auch drei Monate lang. Davor auch Apple eine lange Zeit und im September 2019 sogar Procter & Gamble. So, also man sieht diese Microsoft, Apple, Walmart und Procter & Gamble. Da sind die vier, die hier am meisten benannt sind. Die sind eigentlich immer meine Top 4. Ja, der Login geht nicht bei Contas Bank, aber ich habe eigentlich soweit alles gezeigt. Durch diesen Screenshot hier haben wir auch alles gesehen. Und ich denke mal, wir haben die Dividende durch, wir haben die Performance durch und auch die besten Aktien, die derzeit bei mir im Depot sind. Wo man bemerkt, im Aktiensparplan-Depot. So, dann war es das für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns mal wieder. Bis dahin. Tschö.